Hey yo, wir sind Guzman und Ju und wir sagen euch ein ganz ganz neues, tolles Projekt an, das dauert die nächsten zwei Jahre. Music in Motion, oh yeah baby! Und zwar mit einem ganz tollen Orchester, Thuringer Philharmonie, Gürtelmeister, yeah! Genau und das kombiniert mit den Gotha Rockets und der ersten Bundesliga Basketball, ganz viele Events sind da, wo Musik kombiniert wird mit Sport und Tanz und anderen Aktivitäten. Wir in Guzman und Ju sind voll dabei. 2. April ist Premiere in Erfurt. Kommt! Kommt! Kommt!